moin leute und ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge von ep ich werde heute mal mit dem wechselfeld ja versuchen das irgendwie aufzubauen ich hoffe mal dass ich das halbwegs richtig hinbekomme ja gut wo waren das hier ist das heißt es mal solche teile ja gut dann fliegt er erstmal raus nach dieses drei fällt dann kopiere ich zumindest immer die entsprechenden werte rein seit den einfach dorthin verschoben obwohl an dem moment die muss ja noch untereinander tauschen nehmen um das war gewollt aber nicht gekonnt ansonsten die werte nämlich nicht mehr richtig hin wo es ja nicht die werte die anordnung trifft eher das heißt im moment arbeite hier wirklich noch mit kopieren und einfügen stößt es mir wieder auf das heißt die verleitung führt hier gerade durch das heißt da kommt hier so an die seite dran kurzer blick in 3d heißt einmal zur seite und hoffentlich sieht er auch noch was gescheitem aus fast jetzt sieht es noch was gescheitem aus jetzt kommt aber das problem mit dem anderen in der anderen richtung aber wem ist nämlich es gibt hier kein parallel geführten für den bereich hier das heißt ich werde das mal kurz durch testen müssen sagt man so mehr als das blöd aussieht kann nicht passieren das sind die einzigsten möglichkeiten das heißt sie muss erstmal wieder verleitung rausnehmen weil aus irgendeinem grund gehen die dann hier mit der seite weg das ist doch das ist auch irgendwie immer seltsam aber na gut wie gesagt das oberleitungssystem in den höheren eep version ist durchaus komplexer so und jetzt habe ich nämlich das problem es wird nämlich nicht so schön aussehen wie hier so das heißt ich habe schon mal fünf minuten damit verbraucht nur dann irgendwie rumzubasteln kommt so wie immer zur seite rüber so jetzt sieht es total bescheuert aus und das auch nur weil es so ein teil für den masten hier nicht gibt und gibt es für den betonmasten aber nicht für geht am meisten mein ich könnte ja auch durch betonmasten ersetzen aber ne das müsste ich eigentlich alle dann ab hier durch betonmasten ersetzen das ist doch irgendwie gerade echt blöd auf der einen seite geht es aber auf der anderen seite sieht es total bescheiden aus zu sagen bescheuert total verhunzt hier überschneidet sich die verleitung gleich mal zweimal hier ist einmal hier hingegen nur ein einziges mal hier hinten das heißt sie wird wohl ab irgendeinem punkt werde ich hier den masten rausnehmen und durch betonmasten ersetzen das heißt sie werde jetzt nächste folge wahrscheinlich damit verbringen dürfen vorausgesetzt ich würde jetzt damit beginnen das passt mir überhaupt nicht aber soll doch eigentlich auch ordentlich aussehen muss ich mal kurz was trinken so kann ich eigentlich auch schon wieder zum blumengästen verwenden ich meine es spricht ja eigentlich nichts gegen betonmasten eigentlich das problem ist es spricht schon ein was dagegen da fällt das argument eigentlich schon mal raus dass er nichts dagegen spricht weil es müsste jeder einzelne mast sagen wir zum beispiel ab hier kurz vorm grobenbeginn sagen wir mal ungefähr hier oder hier am signal ab hier müssen jeder einzelne mast wieder ersetzt werden das sind 24 6 8 10 12 14 16 18 20 24 6 8 und 20 signale das heißt 28 mal 28 komplett neue verleitung masten ich meine ich kann jetzt schon mal damit beginnt das es spricht ja halt bis auf das argument dass es halt etwas mehr wird eigentlich nichts dagegen jetzt einfach mal hier die beiden ein und mal so zu verdeutlichen also beton oder eher stahlgitter also da bin ich mir noch nicht so unschlüssig ich glaube ich habe gerade folgenden titel das muss ich halt alles sehen wie ich das mache ja ich möchte das erstmal speicherst zumindest fällt mir jetzt hier nämlich noch ein kleiner fehler auf und der ist jetzt auch oben das passt mir eigentlich überhaupt nicht und ich habe nicht mal zwischen gespeichert wo die gefahr ist dann halt irgendwann der speicherfehler auf das funktioniert also das war jetzt hart am limit moment das war grundlage der ersten folge das sind ich habe nur ein einziges mal heute gespeichert na gut die gefahr ist dann halt eher dass dann irgendwann der speicherfehler aufgeräuzt aber ich möchte es nicht beschreiben das heißt jeder einzelne mast durch beton eher beton statt stahl jetzt muss ich mal kurz überlegen die kurve hier das mache ich den gedanken führe ich jetzt nochmal zu ende das heißt wir haben mit 2500er radius das heißt wo ist denn das programm was ich hier für habe alles wir haben kurven radius von 2500 metern kleise überjüngung keine das heißt sie können mit 160 durchgefahren werden wir haben 1800er das heißt das heißt ich kann hier nicht stelle einbauen an der züge wieder beschleunigen können dass sie halt vor der kurve abbremsen müssen ist nur die frage wohin stelle ich den bremseinsatzpunkt wahrscheinlich mache ich das dann hier von dem vorsignal das dann vor dem vorsignal jetzt dann halt die 140 stehen und dann halt oder halt mit beginn der kurve oder moment 1000 meter 200 300 meter 400 500 600 700 800 900 1000 meter das heißt hier kommt zs 3 ich glaube zs 3 sind das sind diese ankündigungstafeln also dieser gelben dreieckigen auf der spitze stehenden schilder auf der die strecken geschwindigkeit drauf steht wenn die jetzt hier stehen würden dann bedeutet das bis hier hin ich habe jetzt mit dem kurven beginn genommen heißt ungefähr hier steht dann das hielt 440 heißt bis hierhin darf da auch 140 verlangsamen das heißt aber auch wiederum ich brauche noch einen fahrzeugkontaktpunkt aber das ist kein problem muss ich dann alles in der nächsten folge dann mal schauen aber zuerst mache ich das mit den der fahrleitung dass ich das jetzt in ordnung bringe gut an dieser stelle war es dann erstmal ich bedanke mich fürs zuschauen und tschüss bis zur nächsten folge hier von EEP